Willkommen Freunde, zurück zu Yoshi's Island, oder Yoshi's Island, ja. Part 41, mittlerweile nur noch zwei Extras und offen die Reihenfolge steht fest, heute, dank Whisky. Extra 5, let's go! Mal gucken, was das für ein creepy Level ist, ich will's gar nicht wissen, wenn ich ehrlich bin, aber... Was gemacht werden muss? Kameks Besenritt, wie bitte? Okay. Sounds nicht so schön. Ja, genau. Aua, da kommt er. Uuuuh, Alter! Hilfe! Ja, sehr gut. Äh. Ja, hat super geklappt. Was ist das für ein Level? Oh, geil. Toll, komm, 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 ich ständig an der Hand geh, ich mach wieder mal meinen Zwischen-Safe-Said, weil, äh, ich kann zwar die Leben einbüßen, aber, äh, das kostet ja alles immer ein bisschen Zeit. Ich, wuuh, werde sowieso beim Start speichern, das ist gar keine Frage. Alter! Alter, knapp! Leck mich doch am Arsch, Mann! Ja, toll! Alter, was ist das für ein asozialer Mist! Alter, ich weiß nie, wo der kommt. Gemeine Kacksau. Alter, lass mich doch mal in Ruhe! Flap-Schiss! Bäm! Ha! Alter, mir ist grad der Fuß gezuckt! Oh, da muss ich einsammeln. Bäm! Flap-Shot! So, jetzt Kamek! Kann man ihn eigentlich abschießen, den Heini? Ich weiß es gar nicht. Sollte man einfach mal austesten. Natürlich verrecklich im Gegensatz dafür erstmal. Ja, super! Alter! Asoziale Level! Alter, die bungeen mich, bungeen mich hier rum, Alter. Das geht gar nicht. Alter, halt! Oh, ja! Geil! Ja, super gesprungen! Geil, war ne Glanzleistung! So, hier wollen wir uns mal ein paar extra, ja? So, jetzt werden wir mal versuchen. Und zwar... Na, wann kommt er? Da ist er. Ich versuch's jetzt einfach mal. Nö, er fliegt einfach vorbei. Ja, und ich genauso, ich auch. Fail. Ja, äh... Level klappt super. Alter, leck mir am Arsch! Was ist denn das für ein Rotz? Halt deinen dreckigen Maul! Alter, Mist! Daneben! Baby! Alter! Flapp! Kopfshot! Äh, Kopf... Nein, Headshot, ihr wisst schon. Ui! Mann! Alter, Bengel! Bäm! Voll den Kopf weggeballert! Nein, komm her! Haha, fail! Wow! Das war übrigens auch fail! Nein! Pschsch! Ja, das ist ja, das ist ja ein Guided-Level, Leute! Das geht mir jetzt schon auf den Kranz! Was soll denn das mal werden hier? Alter, man kann diesen Kack-Schlüssel nicht einsammeln, bevor der nicht da down ist. Mann, lasst mich in Ruhe! Ich will nicht mit euch spielen! Blinden-Sturz! Pfff! Kopf weg! Komm schon! Komm! Bäm! Flapp! Kopf weg! Jetzt chill ich! Freundlich, mach mal sowas hier! Ahem! Ich weiß, das ist nicht schön, aber ich mach's trotzdem, weil ich bin Failer! Und das wird sonst... Hier, unter alle Sau! Alter! Wie so ein geierer Sturzflug da oben! Äh, ja, danke! So! Alter! Herz-Kosper! Oh, fuck! Ich wollte gerade hier saven zwischendurch! Hab keine AR mehr, toll! Ich lauf lieber weiter! Na, kannst ruhig abstürzen, ist mir egal! Wah! Leck mich! Baby, bleib hier! So, aber die Vögel hier finde ich richtig gut, wenn sie dann wieder mal da sind. Ja, weh an! Toll! Ah, das ist ja super! Hab ich jetzt alles hier in den ersten Bereichen? Okay, fünf rote Münzen und eine Blume können klappen! Ich hoffe, da ist nicht noch mehr! Das wär ja nicht so geil! Und da ist ein Schlüssel! Oh, Mann! Also, den Schlüssel braucht man auch, sonst ist man hier übrigens, äh, game over, so wie es aussieht! Wie mies ist das denn, bitte? Ohne Schlüssel, fail! Direkt gleich weggefailed! Yay! Natürlich, Ski muss ja auch kommen! Der Level sagt mir gar nichts! Wow, Alter! Come back! Wow, Alter! Ja, ist klar! Halle ich den Stein? Wow, Mist, nein! Da war ne rote Münze dabei! Geile Geschichte übrigens! So, äh, ja, ne? Da ich aber was verpasst habe, muss ich es so oder so nochmal umdrehen! Übrigens, jetzt habt ihr gesehen, dass hier so ne Typis sind! Da kann ich mir mal zwei Eier! Ja, springt zurück! Und dann kann ich ja mal... Hier ein paar Sterne gammeln! Und hier ist so ein Schalter! Geil! Da kannst du knicken, Mann! Noch mehr Sternis! Geil! Okay, gut! Kamel kann man auch irgendwie nicht wegfressen! Der ist voll imbar! Gut! So, ich mach jetzt nur so ein Save für den Fall, dass ich halt... Übrigens, ja, hier ist ein Sternkreis, hier könnte ich sowieso safen! Also, das ist sowieso egal! Es geht bloß einfach schneller als sterben! Bam! Ist ja voll mies, Alter! Da musst du aber richtig gut springen! Die Blume, da bin ich einfach nur rüber gesegelt! Bin nicht gesprungen! Trotzdem habe ich es nicht gekriegt! So, gehen wir weg, Kamek! Heppa! Ja! Dreckmiss! Und wieder eine rote Münze verpasst! Mal gucken, was noch so kommt! Wir können ja mal vorausgucken! Tchwing, 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 tchwing! Ah, scheiße! Als Schneeball weitergerollt! Gut, das muss ich nochmal versuchen! Ah, das wird ein lustiges Level, Freunde! Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht! Das könnte ein bisschen feil werden! Ah, das wird ein bisschen feil werden! Ah, das ist ja nicht mal, dass ich sterbe! Ich kriege aber bewusst das Zeug unterwegs nicht! Muss ich direkt nochmal springen hinter der Blume, damit ich irgendwie an das Rote rankomme! Sonst ist es fail, ne? Geh weg, du Kamek-Banane, du! Yay, epic! So, einfach früher springen! Gut, das sollte machbar sein, als hätte ich bloß noch die Blume kriegen müssen! Und das wäre mal ne Kunst! Da müsste ich ja was können! Skill sucht man hier manchmal vergebens! Aha! Ja, hör ab, Kamek! Du störst echt ohne Witz! Gibt's hier nicht so ein No-Disturb-Shield irgendwie? Mann! Alter, warum springt der so hoch? Ja, jetzt wird nur in Absicht abgestürzt! Also, man könnte jetzt auch sterben und ich könnte x-mal Leben verballern! Insgesamt würde mir das aber nix bringen! Weil das würde nur ne Zeit kosten! Na 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 na! Yay, Pisten-Raudis! Wee! Mit Baby auf dem Rücken natürlich! Sonst wären wir kein Pisten-Raudi, bitte ey! Mann, Alter! Der springt immer so hoch! Kriegt nicht Bremsen oder so? Voll doof! Das wird noch ne ziemlich lustige Tour! Übrigens jetzt auch ein Blind-Teil, ne? In meinem Let's Play! Weil die Level kenn ich ja nicht! Ich hab die ja nie gespielt! Alter, selbst wenn ich... Ey, kann man nicht irgendwie bremsen? Hallo! Skis haben... Skier haben Bremsen! Also, es gibt Skier, die können Bremsen! Also, ich hab das mal erzählt, als ich auf einer Tschechen-Klassenverfahrung... Das Einzige, was ich zum Bremsen benutzt habe, war eigentlich, äh... Mein Arsch oder das Gesicht, je nachdem, wo ich hingefallen bin! Dann, 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 dann! Yay, Epic! Diesmal hat's geklappt! Halt! Oh, ich muss früher springen, Mann! Lern das doch eigentlich mal, Kai! Du, Alter, du hast doch ein Rad ab! Der Kamek geht mir auf und sagt, der fliegt ja schon nicht so... Ah... Nervig! Er hat nie Super Mario gelernt, hab ich das Gefühl! Kommt von rechts nach links! Voll unnatürlich! Mann, Alter! Ich krieg die Blume nicht und ich weiß gar nicht, wie ich die kriege so, ob das da ein System gibt für... Irgendwie da oben springen und dann raufspringen oder was? Hä? Weil, wenn ich springe, ja gut, dann kann ich ein bisschen abbremsen, aber... Er springt trotzdem drüber, das ist toll! Funktioniert gut! Jetzt springen... Und jetzt nochmal springen oder was? Ah, das muss ich... Ah, spring, spring, spring! Ja, perfekt! Das hat diesmal einmal geklappt... Oh, fuck! Und dafür hier nicht! Na, das ist ja super toll! Und ich hab's wieder mal verkackt! Na, 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 na! Wenigstens ist meine Mucke da! Ah, die macht mir immer gute Laune! Ah, ich hab nicht so viel Zeit! Heute ist doch wieder Schule! Voll ankotzenerweise! Alter, bist du beschissen oder so? Ich hab dann dazu mal sprungen! Wie das letzte Mal auch! Da hat er super eingesammelt, jetzt landet er und flop! Rüber! Pff, fail! Das muss Mafika physikalisch immer erklären! Wir springen mal hier oben! Wow! Nicht so eine gute Idee! Nicht so eine gute Idee! Tschüss! Wie sie da sitzen auf ihrem Ski! Oh, hier geht's aber abwärts! Ist das noch Teil der Piste? Ja, ich bin voll süß wie Yoshi auf dem Ding! Da guck, sie voll knuffig aus! Dili-di-di-di-du! Heppah! So! Jetzt aber vernünftig hier! Rüberspringen und jetzt hier nochmal! Heppah! Mann, Alter! Du sollst nicht so weit da rüberhüpfen! Ja, stinke, Alter! Du hast doch einen Radarm! Du alte Pissau! Ich stehe ja nur am Fluchen hier, weil er hat nicht geklappt! Das muss doch aber klappen! Wie würden jetzt die schlechten Gamer so... Das geht gar nicht! Das ist völlig unmöglich! Ach, hätte das nicht geklappt! Früher springen! Lern das doch mal endlich! Ah, ich konzentriere mich immer auf die Kackblume und vergesse dann hinterher diese rote Münze da! So ein hinbeschüssener Fail! Das könnte noch auch öfters passieren! Also hier heute Schneepiston-Raudis-McCamek, Alter! Das ist ja super! Klappt wirklich gut! Alter! Alter, bis wohin? Der springt, das übel, meine ich mal! Du bist da extra abgebremst und dann... Tschüss! Bis sonst wohin geflogen ist der Herr Yoshi? Geh weg! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Alter, Kamik, ich denke auch so ein Pissen-Eleck hier! Ah, diesmal hat es geklappt! Ah, früher springen oder... Absturzen! Das geht natürlich auch! Absturzen ist auch eine sehr gute Alternative! Wehe! Man macht einen Dead-Counter, dann gibt's Ärger! Ich will nicht lesen! Wie oft ich fahre da kacke! Ist ja kein Dead-Counter, ich sterbe ja indirekt nicht! Also... Zum Sterben peinlich, aber... Alter! Ich bin da vorne, die landet auf der Klippe und der... Pssch! Gleich wieder hoch! Ach, Mann, ey! Was soll ich denn das noch machen? Scheiß Blume! Die ist kacke platziert! Nintendo, ihr Arschgeigen! Also nichts gegen Nintendo, ne? Ich bin ja kein Aggro-Hater-Nintendo-Kiddy, ne? Alter! Ich war da extrem langsam und der... Schön genau über die Blume rüber! Ey, der fuckt mich so ab, diese Kack-Blume da unten! Mann, oh! Ja, äh, könnte ein langer Part werden, aber ich glaube, wenn es wirklich zu lang wird, dann mache ich wirklich zwei Parts raus! Und das ist ja... Ich hab ja noch kaum was! Ich hab überhaupt noch schon noch nichts geschafft! So ein bekackter Fail! Ah, okay! Ach, früher springen! Arrrrg! 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 Gleich springt mir ein Alien aus dem Kopf! Hass! Jetzt aber voll lustig! Jetzt weiß ich, wo ich springen muss, ungefähr! Ungefähr, toll! Jetzt wird wieder mal sehr gut geklärt! Ha, es hat geklappt! Früher springen! Oh, dann hättest du doch die Blume irgendwie mit deinem Schwanz mitnehmen können oder so! Oder Baby Mario hätt mal seinen Arm ausstrecken können! Obwohl, so ein Baby hat ja noch so voll die süßen kleinen Ärmchen! Der hat noch nix zum Greifen! Kein Wunder! Er ist ja auch noch kein Mann, er braucht noch nix zum Greifen! Ah, ja! Mann, dieser scheiß Sexismus ist furchtbar! So, hier, heppern! Früher springen! Danke, eingesammelt! So, jetzt sind wir anständig hier! Heppah! Genau! So muss da halt aussehen! Na, 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 na! Heppah! Tschüss, du Spaten! So, weiter geht's! Ha, ha, alter! Ja! Oh, super! Hat wieder sehr gut geklappt übrigens! Mal gucken, was mich noch so erwartet! Geht der aber weiter hier, wa? Alter! Hilfe! Hilfe! Äh, wie jetzt so? Wie jetzt so? Was ist das denn? Hier wollen wir überall Zeug, wo ist denn da hin? Hilfe, Leute! Mann, lass mich n' Rudu pissen, Helge! Lass mich, muss n' Rudu spaten! Kassner, Heli! Schnell! Ich weiß gar nicht, weil die Musiken halt einsammeln! Ah, ne Wolke! Ne Blume! Ne Wolke! Ne Blume! Wolke! Ist mir egal! Wow! Geh weg! Nach oben? Ich teste das jetzt einfach mal aus! Ach, hau ab! Alter, was ist das denn? Nioh, 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 nioh! Äh! Oh, toll! Super! Na toll! Das ist ja genial! Was ist das denn für ne Scheiße, Alter! Sei im Ernst, hast du die 5 ausgewählt, weil du wusstest, was da kommt? Das würde ich zu gern von euch mal wissen! Ey, das ist doch... Ey, das ist echt bösartig hier! Vielleicht werden die Level doch immer schwerer! Hahaha! Obwohl, eins war auch ziemlich mies, muss ich sagen! Ach, früher springen, dann lernen wir es endlich! Hm... Ach, ich glaube, so langsam tendiere ich dazu, hier echt Zwischensaves zu machen! Das ist ja abnormal! Das kannst du ja vorher gar nicht wissen! Das musst du ja hundertmal machen, weil... Du wusstest ja ja nicht, was du vorher springen musst, obwohl du vorher nicht springen musst! Du musst jetzt zehnmal verreckt sein vorher, bis du das endlich... Das vollständig kapiert hast! Früher springen, halt, hat noch geklappt! So! Jetzt mal ich hier einfach... Ja, das hat gut geklappt übrigens! Alles klar, haben wir jetzt irgendwie rote Münzen verpasst, ich glaube ich, ne? Mal gucken! Zehn rote Münzen und... Naja, mal sehen, vielleicht hat's erklappt! Dadadadadadadada! Jetzt habe ich hier zwischen dir safe, voll der böse Mann! Ja, toll, ja, das hat super erklappt! Wutsch! Niooong! Oh, du Kamek, Spasti, du! So, jetzt hier Gas geben! Muss nur den Schwung drauf haben! Hepp und schwoing! 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 Fail! Und... Heppa! Juhu! Voll die Pistenraude ist hier! Also ich entschuldige, dass das hier inzwischen safe hier, aber... Das ist ja... Kann man nicht... Ah, Mann! Grrrr! 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 Du schickst mich doch am Arsch, Alter! Was ist denn das für ein Creepy Mist? Das geht mir richtig auf den Sack! Erpick! Ich hab's geschafft endlich! Toll! Ja, natürlich habe ich da gerade eiskalt drei rote Münzen verpasst! Super! Geniestreich vom Herrn! Arrrrg! Also Leute, ich hab nicht mehr so viel Zeit, ich versuch's jetzt noch einmal und dann... Lass ich's für heute! Mal einfach mal dat machen hier! Haha, voll cheatrisch! Jups! Heppa! Wuuu! Ich weiß gar nicht, was ich hier halt einsammeln muss! Der Typie zum Beispiel, da ist richtig ätzend! Ja! Super, hat gut funktioniert! Ach, Mann, ey! Gut, pass mal auf! Hier ist safe beim Hier machen wir beim nächsten Mal weiter! Bis dahin wieder mal! Macht's gut! Hau da rein! Und... Arrrrg! Ciao!